Ja, moin moin meine Freunde, willkommen zum neuen Video bei mir auf dem Kanal Mr. Angezockt. Ich bin Sascha, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, heute mal wäre ich mal meinem Namen wieder gerecht Mr. Angezockt und ich habe ein neues Spiel ausgegraben, wo ich total Bock irgendwie drauf habe. Ich habe es zufällig gefunden und mir dann den Key gegönnt. Und ihr könnt auch den Key vom Spiel umsonst kriegen, das erkläre ich gleich im Video. Aber erstmal, was zocken wir heute? Wir spielen heute Multiversus. Multiversus ist ein Warner Brothers Game und darum sehen wir unten die ganzen Warner Brothers Charaktere. Es ist aktuell noch in der Beta Phase, aber noch nicht Open Beta. Also eine Woche sind wir noch in der Closed Beta und ich habe den Key einfach nur bekommen. Das erkläre ich euch gleich, wie ihr dran kommt. Aber es ist ein Kampfspiel. Es ist ein Battler und wir haben im Stream uns über Tekken und sowas unterhalten, dass wir da eigentlich mal irgendwie ein Free-to-Play-Game bräuchte, wo wir uns gegenseitig prügeln können. Und ich habe es gefunden. Multiversus von Warner Brothers. Da werden noch ganz, ganz viele Charaktere dazukommen. Ich habe es mir jetzt gestern frisch geladen. Ich habe gerade eben einmal Harley Quinn und einmal Wonder Woman gespielt. Also das heißt, ihr könnt weder Skill noch irgendwie Erfahrung von dem Game erwarten. Aber ich dachte mir, ich mache es einfach heute. Heute ist Mittwoch. Ich nehme es gerade vor der Arbeit auf. Wir haben 29 Grad in meinem Gaming-Zimmer und ich dachte, dass ich nach der Arbeit, je nachdem wie die Hitze ist, nochmal den Stream anschmeiße. Auch wenn heute Mittwoch ist, dass ich von 18 bis 20 Uhr Multiversus mit euch spiele und euch dann erkläre oder euch jetzt schon erkläre, wie ihr ans Game kommen könnt, dass wir auch gegeneinander zocken können in Zukunft. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Gameplay rein. Ja, ich spiele mit Controller, geht aber Tastatur und Maus. Und das Tolle ist, es ist wieder ein Cross-Plattform-Titel. Also Playstation, Xboxler. Ich spiele es über Steam. Kann jeder wieder mitmachen, so wie bei Fall Guys und das ist halt nice. Und natürlich hier mit richtig coolen Charaktere freigeschaltet. Standardmäßig habe ich Shaggy, Tess, Harley Quinn und Wonder Woman. Habe ich natürlich alle noch nicht gespielt. Ich nehme wieder Wonder Woman. Und was klingt hier? Ah, okay. Man kann sich halt Skins freischalten. Und es gibt wieder einen Battle Pass, einen Free Battle Pass auch dabei, dass man sich halt einfach durchs Zocken irgendwie Sachen und Skins und sowas erspielen kann. Aber da bin ich noch nicht reingegangen. Dealer suchen. Was habe ich denn eingestellt? Match gefunden. Ich will nicht gegen einen echten Mensch spielen. Ich will gegen einen Bot spielen. Gott sei Dank. I bought this account. Und... Ah, okay. Ich kann mir auch Stärken freischalten, wenn ich ein Charakter spiele. Okay. Los geht's. Und wie gesagt, ich erkläre euch jetzt ein bisschen, wie ihr ans Spiel kommt. Ganz einfach. Ich streame heute Abend. Und wenn ihr eine Stunde... Also erstmal müsst ihr euer... Müsst ihr ein Warner Brothers Konto haben. Aber wenn ihr dann eine Stunde in meinem Stream zuguckt, kriegt ihr über die Twitch-Trops... Wichtig, Warner Brothers Konto muss verbunden sein mit Twitch. Kriegt ihr über die Twitch-Trops direkt ein Code für die Beta-Phase. Ähm, für die Early-Access-Beta-Phase. Also das heißt, momentan darf nur eine sehr eingestrengte Community zocken, die nämlich eine Stunde Stream von dem Spiel geguckt haben. Und, ähm... Okay, ihr seht schon, ich bin nicht Multitasking-fähig. Aber die eine Stunde Stream geguckt haben, und dann kriegt ihr den Key. Könnt ihr ihn einfach in... Ich hab's jetzt in Steam gemacht, aber wie gesagt, auch Playstation oder sonst wo, ähm, könnt ihr den dann einlösen und dann schon mal vorab floggen. Es sind noch nicht alle Modis da, es sind noch nicht alle Charaktere da. Und, ähm, ja. Da hab ich gerade total Bock drauf. Keine Platzierung und sonst was ist das hier. Das ist einfach nur, ich hab das Spiel gefunden, hab gedacht, musst du reingucken. Ähm, und fand es echt nice. Jetzt nicht so für 50 Stunden Stream, sondern einfach nur, ähm, man kann mit seinem liebsten Marvel, nein, ist es nicht Marvel, pardon, Warner Brothers, DC und, und die ganzen Sachen, ähm, Charakter zocken und gegeneinander sich prüben. 2 vs. 2 oder sowas, oder gegen echte Menschen, hab ich halt noch nicht gespielt. Das müssen wir alles mal gucken. Und wenn ihr dann die Stunde Stream geguckt habt und den Key habt, dann können wir es halt wirklich mal die nächsten Tage immer mal auch zwischendurch zusammenzocken. Jetzt muss ich mich erst mal konzentrieren, dass Superman eine kriegt. Hierneben kann man runterfallen, wenn man tatsächlich ganz runterfällt, ist man tot. Aber man hat hier so Dodgen und Springen, dass man da eigentlich, ähm, eigentlich nicht runterfällt. Vor allem nicht Superman. Ähm, ich, äh, versuche mal, euch meine Skills zu zeigen. Ich habe einmal so ein Defense. Äh, da ist es auch so, kann ich auch irgendwie, wenn ich im 2 vs. 2 spiele, einem Partner mit Schild geben. Keine Ahnung, äh, Wonder Woman war im Tutorial drin. Dann hat man halt normale Schläge, kann Schlag-Kombos machen. Ich habe noch mein, äh, Seil der Gerechtigkeit, heißt es, glaube ich, bei Wonder Woman, äh, um das zu holen. Und wie gesagt, manche Charaktere fallen halt runter. Superman fliegt halt einfach. Er fällt nicht runter. Aber bei 200 Damage ist er tot. Man muss zwei Runden gewinnen gegen ihn. Und, na komm, ich muss noch einmal das, nein, nein, nein. Also, wenn ich jetzt ganz runtergefallen wäre, wäre ich ausgewiesen, äh, man ist nicht bei 200 tot, dann vielleicht bei 250. Bei irgendwas. Punkt Nummer 1. So, und ihr seht schon, ich kann allein durch, äh, normal, also jeder Charakter kann, also nicht nur, weil ich Wonder Woman bin, sondern jeder Charakter kann springen und in der Luft halt nochmal springen, also Doppel-Jump und dann in der Luft Doppel-Dodge, dass wir, ähm, dann nicht direkt hier neben ins, ins, in den Tod fallen. Was ich eben schon, ich hatte eben eine Map, das war, glaube ich, Shaggies Haus, also irgendwie ein, Shaggies Spookhaus, da ist dann der Boden weggebrochen, da sind auch hier die Plattformen anders, also jede Arena ist dann auch ein bisschen anders und jeder Charakter kann halt was anderes, aber das ist halt wieder das Nice an den Games, ich mache momentan nichts, ähm, wo ich sage, da habe ich Ahnung davon, ich drücke einfach nur Tasten und das ist meine Stärke bei solchen Spielen, aber sobald man dann in die Phase kommt, wo man denkt, was, dass man was weiß, da wird es ja dann schwer, aber wie gesagt, ich finde das Game macht, ist halt genau das, was ich mir gedacht habe, was wir für die Streams mal zwischendurch brauchen, wenn man mal wieder statt Fall Guys eine Stunde irgendwas ganz, okay, ich bin froh, was ganz anderes spielt, ähm, und ist durchaus eine Möglichkeit, dass man auch hier mit POQ Turniere macht, das muss man halt einfach mal schauen, aber jetzt prügeln wir erstmal hier Superman die zweite Runde raus, dass wir das Match gewinnen, es gibt ein gutes Tutorial, wo dann halt, äh, euch erklärt ist, äh, wie, wie so die Grundmechaniken funktionieren, aber tatsächlich, bei so einem Prügelspiel brauchen wir es nicht, das Einzige, was Doppeljump und Dodgen und Ausweichen, das muss man halt wissen, wo es ist, wie man eine Plattform runterspringt, äh, muss man wissen, aber das ist hier, ist komplett Standardsteuerung, egal ob mit Tastatur oder mit, ähm, mit, äh, Pad, ich habe mich jetzt fürs Pad entschlossen, weil ich wegen Fall Guys angeschlossen habe, aber auch mit Tastatur kann man das bestimmt total easy spielen, weil das so eine, im Endeffekt ein Standard Gameplay ist, ich hoffe, dass ich die Kamera an die richtige Stelle geschoben hatte, ähm, aber gut, genau, jetzt levelt man, ich heiße Mr. Angezockt YouTube auf, äh, Warner Brothers, weil Mr. Angezockt schon vergeben war, keine Ahnung, wir wollen jetzt kein Rückmatch, aber theoretisch könnten wir jetzt einfach, äh, Rückmatch machen, und, ähm, Leute, im Endeffekt, ich will jetzt gar noch nicht so tief reingehen, ich dachte, ich nehme es einfach mal schnell auf, und wir gucken im Stream an, ich mache heute, heute am Mittwoch, den 20.07. den Stream um 18 Uhr an, dann könnt ihr eine Stunde zugucken, kriegt über die Twitch-Trops den Key, äh, und, äh, könnt dann selbst zocken, wir können gegeneinander spielen, miteinander spielen, ich glaube, da ist das schon ein sehr, sehr nice Game, so, was können wir hier noch machen, freigeschaltet, neue Belohnung, Toast als Währung, und, wir gehen nochmal vor, genau, Multi versus, ich könnte mir fast vorstellen, dass ich bei Wonder Woman brauche, bleibe langfristig, die gefällt mir vom Stil, also vom Kampfstil, das andere muss man alles mal gucken und mal durchprobieren, und wie gesagt, die ganzen Warner Brothers Filmcharaktere sind da, es gibt den Kampfpass, wo man, ähm, klar, Premium sich freischalten kann, aber, äh, wir bleiben erstmal hier Free to Play drin, äh, dann gibt's die Sammlung an Charaktere, die man hat, zwei Sachen, die noch bald kommen, der Colossar Option, hier ist die Ingame Gold Währung und Gelamium, würde ich mal jetzt schätzen, ohne es zu wissen, ist die Premium Währung für Geld, also darum, ich hab's euch gezeigt, ich würde mich freuen, wenn wir heute Abend im Stream ein bisschen spielen können, ich mach da auch nochmal ein Post dazu, das einzige Hindernis wäre, wenn in meinem Zimmer über 30 Grad, über 35, 36 Grad sind, dass ich dann sag, hm, hm, heute nicht, dann machen wir was anderes, vielleicht morgen nach dem PUQ-Turnier, aber ich dachte so, heute können wir da mal kurz reingehen, dass die Ersten schon sich den Key gönnen können, ein bisschen üben können und wir dann die Tage zusammen zocken können. Leute, das war's schon mit Warner Brothers Multiversus, oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht was anderes sag, gut, dass wir das einfach so gefunden haben, das Spiel und Leute, haut rein, habt Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, bis dahin.